61 Leiter, mein Freund. Wo bist du? Ich hau dir den in der Kronen. Guck hin, ne? Ja, das kann ich auch machen. Ich kill den. Mach das. Ja, ich hab das ein. Immer diese Aggressivitäten hier. Ähm, könnte mich mal einer mit Eisen und... Ich kann die verprügeln, ja. Ach, das ist doch schön. Nee, kann mich mal einer mit Eisen und so beschreiben? Ach, legt mich doch. Ich geh's mir selber holen. Bäh, ich fliege dich. Das ist ruhig bei der Junge. Hupf. Hab ich noch oben wo Eisen zu bauen gehabt? So, und wenn ich jetzt dahinter geh zum Filter und sehe Leiter. Filter drinnen. Ich weiß, wer mich verprügeln kann. Ähm, wie wär's denn mit Dirk? Ich gehe zu Holsch. Sind keine Leiter drinnen gewesen? Echt jetzt nie. Ich hab alles geguckt hinten. Holsch. Du? Warte mal, hier ist noch Klaas drin. Sieben. Das brauche ich. So, nee so viel. Nee so viel. Nee so viel. Nee so viel. Ich brauche... Drei brauche ich so. Das war'n hier drin. So. Ich brauche... Zwei aus Gold. Fack dich doch. Ja, ja. Fack dich. Fack. Fick dich. Ja, das ist doch scheiße. Das habe ich zu viel gemacht. Aber... Du kannst ja nie haben. Ey, das ist nicht schon wieder hergestellt. Ähm, goldene Zahnräder. Achso, nee. Die kannst du auch mal ohne. Da siehst du. Ich sage ja, zu viele kann man nie haben. Ach, weißt du was? Mach mal einfach so. Zu viele kann man ja nie haben. Jetzt, äh... Steine? Oh, jetzt brauche ich wieder Steine. Da brauchst du Diamant, ne? Wofür? Diamantzahnräder. Ja, ja. Richtig, richtig. So. Eins, zwei, drei, vier. Quatsch. Dum, dum, dum. Warte, 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 warte. Ich will bloß wissen, wie weit Wasser fließt. Drei. Äh, Wasser fließt. Sechs Dinger, glaube ich. Äh, fünfe. Fünfe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Wo sind meine Leute? Eins, zwei, drei, vier. Einmal. Und noch einmal. So. Jetzt brauche ich das hier. Das da. Das da. Das da. Da, da. Na? Dum, dum. Dum. Ja, leck mich da. Jetzt habe ich das Redstone vergessen. Wo haben wir einen Redstone? Hier vorne. Gut. Wusste ich doch. Ja, ist alles geordnet. Ich weiß. Oh, der Typ, das kommt nicht klar damit. Ich habe meinen Stein. Ist nicht geordnet, doch. Einde ist durcheinander, ey. Wo ist ein Sand? Haben wir noch Sand? Ein Sand, wenn da ist. Ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich von dir wollte, Sven. Ich habe gerade eingetan, Sand. Egal. Sven, jetzt weiß ich wieder, was ich von dir wollte. Du siehst doch hier hinten die Leitung noch. Könntest du mir mal eins oder zwei Elektroförnis hier hinbauen? Hm. Da gehe ich bei. Da gehe ich bei Maschinen rein. In den Blatt 8, wir haben bloß in den Wochen, na egal. Naja, solange es sind, ja, eins oder zwei ist ja erstmal egal. Einmal Sand, na klasse. Oh, 13 mal Sand, cool. Reicht mir aber nie. Ich habe noch 25 Sand. Danke. Wo bist du? Ähm, hier so. Ähm, was brauche ich denn noch? Wo bist denn du? Lager? Ja, stell davor, eine Fackel habe ich. Was ist das? Ach, das tu mal gleich mal da ins Maragde. Drei, vier, 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 vier. Wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Query steht, steht. Und das ist was. Wenn der Query steht. Wenn der Query steht, dann. mache ich das mit dem lager noch mal sortiere ich die scheiße nur was machst du da gehst ich baue ich baue hier gerade auf ja könntest du hier mal eben ein rechteck ziehen wer so gütig ein rechteck ziehen kisten habe ich auch das ist gut hier ein rechteck ziehen damit er damit er hier damit er hier gerade wird das gerade wird hier das rechteck zu ende ziehen im wasser ich brauche ich brauche da bloß dass das wasser nie nachkommt aber das wasser kannst du drinnen lassen ich will den quarry jetzt hierhin bauen ach das ist ein bisschen hoch ich habe keinen sound was brauchst du im sohn option geräusche sind ja bloß auf 9 musik ist hier ganz aus ganz aus lassen naja ein bisschen das ist schon mal viel besser in wie viele blöcke bin ich jetzt auch ganz immer gucken drei jetzt und jetzt danke steinstufe oder holz steinstufe oder holz ich nehme pflastersteine ja klasse aber das geht auch so aber ich muss ich muss trotzdem dort hoch ist das ein ist das ein scheiße ja du kennst du das spiel oder du kennst du das spiel mit der fackel oder naja komm mit wir gehen erst mal rein wird schon wieder dunkel ich war nicht rum ja doch ja du angst im dunkeln ja wie scheiße unser wer hat denn unsere wetten getrennt ich war das nicht das ist mein marker das ist mein marker für die query mach den scheiß doch nicht eins kommst du jetzt mal penslen dirk meine ich natürlich ich bin jetzt woanders das geht jetzt nicht ich auch ach was macht denn hier bengels also kann ich wieder aufstehen gut toll mit sowas musst du arbeiten ey dinko geh mal hier rein geh mal in die kiste hast du was schöneres wieso nach oben rechts warum soll ich deine sachen nehmen bleibt leckste fett guter ist teuer du hast meine axt kaputt gemacht ne ja wie er es verdient war also ein holzschädel kannst du schnell mal was kaputt gehen ja auch noch ne ähm wollt ihr jetzt also nie pennen oder was ne es ist so rück und hin und her das bringt nichts weil ja toll da kann ich draußen nichts machen klar musst du forstlich sein ach ne hast du echt meine ganzen Kühe wieder abgeschlachtet die ich mühevoll hochgezüchtet hab welche Kühe weil dirk hat gesagt du hast den du hast im stall meine Kühe geschlachtet ne ich weiß nicht Sven hat bloß gesagt das ist ich weiß es doch die war doch nie die sind noch da und was war im stall hier sind überall hier sind überall böse Wesen aber bei den Kühen sind zwei gelbe Schafe näh schlasse da kann ich aber erstmal ins Lager gehen ich brauch ne Kramkiste will mir einer helfen ja nein vielleicht nein das dachte ich mir ich versuche hier unser filter system hier das will ich ja auch gerade machen das wird das brauchen das können wir erst morgen machen wenn die wenn die Herren ähm so ich mach nämlich boah das gibt's noch nie so alles unten nochmal neu ab alles unten abbauen und neu machen nein nein bleibsinn guck ja ich sag dir wieso guck kann man hier rumbleiben die Kiste die Kiste und die Kiste ja die kriegen ja alles was am Ramsch übrig ist dort rein was ist denn das hier warum ploppt denn hier trotzdem Zeug raus wenn ich fragen darf guck mal ey es läuft ja jetzt erstmal alles überall durcheinander kommst du gucke hast du Zaunpfähle irgendwo äh warte mal wo du das gerade sagst ja wo du das gerade sagst du lässt mich nicht ausrennen rede das Zeug läuft ja erstmal überall durcheinander lang und das meiste Zeug kommt nie dorthin wo es eigentlich hin sollte also kommt es dann zum Schluss meistens äh häng ich fest soll ich dich hauen? oh alter soll ich dich hauen? ach danke ich hab dich gefragt ja deshalb kommt das meiste Zeug einfach dann dort raus wo es hin soll wenn wir jetzt aber für die letzten drei Kisten noch einen Filter rein machen was dort rein soll zum Beispiel nein genau eben nicht genau eben nicht dafür haben wir dafür hab ich das was ist das? damit das damit das ansagt alles was nicht so ist wie das was ich in der Hand habe geht dort nicht lang wenn ich jetzt ne sage warte mal wo ist denn hier ein guter wo ist denn hier ne gute Stelle hier habt ihr mit Timer georbitet Filter? nein hier da geht's nur ach du gehst auch nie brauche ich keinen Timer der füllt euch sonst die Dinger voll der macht immer aus Text kann doch machen ja der filtert immer oder nimmer durch grün geht jetzt nichts mehr Sven der filtert echt nimmer ich hab dich ausgeführt guck hin durch grün geht jetzt nichts mehr bloß noch in die eine Richtung siehst du das? und guck mal warum siehst du das? ach jetzt deswegen verstehst du das? verstehst du das? deswegen wollte ich das nochmal abbauen deswegen wollte ich es nochmal abbauen nee wollte ich nicht abbauen ah läuft hier viel zu viel Zeug geht's gerade hier rum und gucke das Rest und macht jetzt hier hoch warte mal durch weiß hier komm her dann komm mal zu mir mit hier durch weiß können wir das auch noch machen da geht nämlich nichts mehr zurück da geht nämlich nichts mehr zurück nee mach hier komm mal zu mir ach du scheiße wieder rausnehmen wo bist du? hier hier hau mich mal komm mal her hau mich mal wieso? ich bin hängen geblieben hier hier soll nischt mal durch hier soll alles wieder zurück wandern da musst du mal weggehen welche Farbe? nee nee warte mal ich kann das komplette Rohr hier einfach wegknallen da läuft nischt mal durch nee nee lass mal das nee lass mal als Puffer damit hier nischt reinkommt wirst du? guck mal ich sehe eine Leiter ja das läuft hier lang weil es beim Filter Leiter noch nie durchgekommen ist also der ist nach falschen Weg lang gegangen also durch weiß geht nichts mehr jetzt ab jetzt geht nichts mehr durch weiß dann machst du es bei den anderen beiden dann hier auch dass hier weiß nischt mehr geht diesen weiß nischt mehr geht ähm kannst du mal die Erde weg machen das ist doch rotze hier Erde weg bauen über die Blöcke kannst du springen hier über die springen und du bleibst so nimmer hängen weißt du wie ähm durch weiß geht nischt mehr und du bleibst so nimmer gut ich sehe